Hallo ihr Lieben und Willkommen zu Vlogmas Tag 6! Wünscht man einen schönen Nikolaus? Ich weiß es gar nicht. Ich hoffe, wenn ihr das seht, dass ihr alle einen schönen Nikolaus hattet und hoffentlich auch alle was im Stiefel und keine Rute, aber davon gehe ich mal aus, weil ihr seid ja alle so liebe, liebe Leute. Es regnet mal wieder. Uh, surprise! Schade, das war es dann wohl schon mit dem schönen Wetter. Es ist, glaube ich, gerade kurz vor 9. Ich war heute schon beim Sport. Ich bin richtig stolz auf mich, weil ich habe um 7.30 Uhr Move It mitgemacht. Das ist ein Kurs hier bei mir im Fitnessstudio. Das ist so eine Art Hit-Workout mit verschiedenen Stationen. Das geht eine halbe Stunde. Ja, das ist so ein richtiges Power-Workout. Und ich war echt, ich habe so mit mir gekämpft heute Morgen, als mein Wecker geklingelt hat. Aber ich bin so froh, dass ich hingegangen bin, weil jetzt bin ich total frisch und wach. Und es war total witzig, weil unsere Trainerin hat uns allen so Weihnachts-Outfits mitgebracht. Also so Weihnachtsmützen und so alles Mögliche. Und dann hatte sie so Party-Weihnachtsmusik, zu der wir dann trainiert haben. Und am Ende haben wir alle eine Mandarine und eine kleine Schoki bekommen. Das hat echt Spaß gemacht. Ich kann euch mal was einblenden. Leider kann ich jetzt gerade gar kein Adventskalender-Tütchen von Mama öffnen, weil ich noch keins habe. Sie kommt heute ja erst und bringt mir den Rest meines Adventskalenders mit. Hoffentlich gehe ich mal von aus. Aber als ich gerade wieder nach Hause kam, hing das hier an meiner Tür. Und weil das an allen Türen hier hing, gehe ich mal stark davon aus, dass das von unserem Wohnheim ist. Letztes Jahr, weiß ich noch, hatten wir alle so kleine Schneemänner an der Tür hängen. Ich finde das ja so süß, dass die uns allen was hier an die Tür hängt. Aber wie witzig. Dein essbarer Tannenbaum-Bausatz. Das sind so grüne Schnüre und Smarties. Man kann sich dann seinen eigenen Weihnachtsbaum bauen. Sechs. Moin, guck mal, die Sechs ist das Lama. Gingerbread Spice and Everything's Nice. Weihnachtschecklist. Bei Last Christmas durch die Küche tanzen. Das machen wir doch gleich noch. Gingerbread. Der Kuchen. Von The Beginnings. Ich glaube, da hatte ich schon mal irgendwas von. Aus Kokosnuss und Früchten. So. Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Oh, ich muss Frühstück machen. Bratapel Porridge. Mh, der ist richtig lecker. Hä? Hatten wir das nicht schon? Egal. Und nochmal Berry White Chalk. Adventskalender abgehakt. Und jetzt muss ich mir mal gerade was zu essen machen. Ich bin schon dabei, hier meinen Porridge vorzubereiten. Weil ich jetzt gleich in die Uni muss. Ich habe heute meinen Projekttag. Also ich habe einmal in der Woche immer meinen Projekttag. Habe ich schon mal in meinem Live-Update-Video erzählt. Und da arbeiten wir halt an einem Projekt, das wir vorher gewählt haben. Und ich bin in dem Projekt, der heißt Aktionstag Medien. Und da organisieren wir einen Tag an unserer Uni, wo Schulen, Lehrer, aber auch alle anderen hinkommen können. Und wir bereiten da ein Programm vor, das sich ja alles Mögliche so um Medien, auch um Influencer, um neue Medien, um Games, um allem Mögliche so dreht. Das Projekt habe ich heute. Das geht eigentlich immer von 10 bis 18 Uhr, also den ganzen Tag. Aber ich werde heute ein bisschen früher gehen, weil Mama und Papa herkommen. Ich freue mich schon total auf Mama und Papa. Ich habe Mama zwar erst vor zwei Wochen, glaube ich, das letzte Mal gesehen, aber es kommt mir schon wieder ewig her vor. Ja, ich vermisse meine Eltern immer voll schnell, deswegen freue ich mich jetzt total, dass sie kommen. Und sie bleiben bis Samstag. Also wir haben drei Tage im Grunde zusammen. Und damit wir gleich den Punkt auf der Weihnachtschecklist abarbeiten, machen wir jetzt doch gleich mal Last Christmas an. Da! Was kommt jetzt? Schreibt mir mal in die Kommentare, was euer Lieblingsweihnachtlied ist. Das würde mich echt zufieren. Es ist durchaus möglich, dass wir für unser eigenes Catering sorgen. Wie ist der Stand und Dinge? Was ist zu tun? Was muss als erstes gemacht werden? Weiß jeder, was seine Aufgabe ist. Schönen seinen... Gönn dir Lebkuchenflug. Warte, er muss erst schön. Ich muss euch jetzt sagen, ich brauche einen guten Sprung. Finja, was sagst du zu meinen Lebkuchen? Top! Das war gar was. Super scheiße, ey. Das war zu spontan. Hast du Hunger um zwei? Muss... Ne, Warte. Lebkuchen herbei. Muss Charlottes Lebkuchen herbei. Hast du Hunger um zwei? Muss Charlottes Lebkuchen herbei. Das ist dann um zwei. Ja, das wissen die Leute noch nicht, die das sehen. Ich könnte einfach um zwei nochmal die Uhr aufnehmen. Genau. Alles fake auf YouTube. Alles fake, ja. Ihr seid ein spitzen Team. Uh, ist ja schon zwei Uhr. Zeit für den Lebkuchen. Lecker. Jetzt musst du so in Zeitlupe abweisen. Ich weiß nicht. Mach ja Rüben noch mal auf. Ich bitte das an, das ist ein bisschen zu essen. Heute gibt es Grünkohl-Hanf-Burger. Grünkohl-Hanf-Burger. Wir haben sogar früher Schluss gemacht, deshalb musste ich nicht mal illegalerweise vorher gehen. Mamas und Papas Zug hat leider verspäht bzw. sie haben den Zug verpasst. Und jetzt kann ich sogar noch mal kurz nach Hause fahren, meine Sachen wegbringen und dann mache ich mich wieder auf den Weg zum Bahnhof. Falls ihr euch fragt, was wir da heute gemacht haben in der Uni. Wir haben 500 Flyer gefaltet, den wir für unseren Tag, den wir da organisieren, bestellt haben und drucken lassen haben. Und die kam aber leider ungefaltet und deswegen durften wir heute 500 Flyer falten. Und wir gehen heute Abend in schönes Leben wieder, da wo ich mit Mama vor zwei Wochen auch schon war. Und Mama hat das so gut gefallen und Papa wird es auch mega gut gefallen. Dann dachte ich, reserviere ich da doch gleich meinen Tisch wieder. Und ich glaube, ich esse wieder diesen Burger. Der war so lecker. Das ist jetzt wieder das Spiel. Musik Ja, das ist cool. Der tolle Bau! Man denkt jedes Jahr, diesmal ist das noch voller. Das ist wahrscheinlich exakt der gleiche wie dieses Jahr. Ich gehe mal zuerst in euer Zimmer. Hallo! Wie geht's dir, Mama? Gut! Papa, wie geht's dir? Sehr gut, jetzt wo ich hier bin. Meine Zuschauer haben euch schon vermisst. Oh, hallo! Ne, nochmal! Stopp! Hallo! Stopp! Mama, hier wird nichts rausgeschnitten. Ja, die haben echt schon scheinbar meine Videos geschnitten, wann ihr mal wieder in meinen Vlog seid. Ja, gerne, immer, ständig. Ja, wir sind jetzt hier im Hotel bei Mama und Papa. Mama und Papa packen jetzt gerade, glaube ich, erstmal einen Moment aus. Und dann gehen wir wahrscheinlich noch ein bisschen in die Stadt. Und heute Abend gehen wir essen, aber das habe ich ja schon erzählt. Möchtest du auch noch was sagen, Mama? Oh, ich bin gerade sprachlos. Okay, das ist auch gut. Ich muss auch noch mein Nikolauspäckchen auspacken. Tada! Die Tüte hast du auch ungefähr schon seit... Ach man! Nein, die habe ich neu gekauft und die ist ganz fresh. Ja, soll ich die wegschmeißen? So eine schöne Tüte? Nein, die ist ja auch nicht schön. Ich wollte es nur mal anmerken. Wie kritisch sie ist. Wir wollen mal hier keinen bösen Footprint hinterlassen, oder? Ja! Oh! Ich habe einen Pushback gehabt. Ja! Oh, die sind ja süß. Ja, man muss warme Füße immer haben im Moment. Ich glaube, ich gehe jetzt mit denen heute Abend raus. Ja, mach das. Das finde ich gut. Hast du gefesselt? Nein. Oh, die sind ja süß. Sexy. Ja. Ja. Sexy steht hier nicht im Vordergrund, sondern warm. Sexy. Richtig schön. Danke. Glitzerhörner. Ja. Ja. Du gehst da hin. Ja. Ja. Aber ob die wohl immer so bleiben dann? Diese Elephant. Geil. Boah. Schon was gefunden? Ja. Mach mal einen Haul. Aber hast du nicht tausend davon? Nein. Nein? Den noch nicht. Beide erfolgreich. Kleine Shoppingrunde abgeschlossen. Mein und Papa waren direkt erfolgreich. Haben schon ein paar Weihnachtsgeschenke gehabt, ne? Und jetzt laufen wir gerade bei wunderschönem Mieselregen zu schön ins Leben. Und kann jetzt echt nur schön werden. Das schöne Leben halt. Ja. Habt ihr Hunger? Haben wir uns verdient. Ja. Guck mal. Könnt ihr das sehen? Ich glaub nicht. Da ist ein riesengroßer Leuchtesmiley. Da hinten. So, da sind wir schon wieder. Mama, deine Hunde wieder. Ja. Hallo. Das bin ich. Das bin ich. Ja. Ja. Was isst du, Papa? Ganz meins. Es gibt eine schöne Ente und vorweg eine Kartoffelsuppe mit Lachs. Jetzt auch wieder diese leckere Süßkartoffelsuppe und eine Bowl. Sehr gut. Ohne ich ein neues Dessert. Und zwar den veganen Schokopuchen mit flüssigem Kern und karavellisierten Cashewkernen. Oh, lecker. Guten Appetit. Guten Appetit. Papa hat natürlich Ente. Ist auch Ente, oder? Ente mit Rotkörnklößen. Mama hat eine Bommel. Und ich hab wieder den Burger. Der ist echt so lecker. Matt darf natürlich auch nicht fehlen. Das ist dieser vegane Schokokuchen mit flüssigem Kern. Karamellisierten Cashewkern und irgendein Sorbet. Mama hat auch einen. So lecker. Ja. Ich bin jetzt gerade wieder nach Hause gekommen. Hab Mama und Papa noch ins Hotel gebracht. Oh, müde. Ich bin so lecker vorgegessen. Wollte ich das Essen. War echt ein Traum. So göttlich auch dieser Schokokuchen. Und ja, ich muss jetzt noch den Vlog schneiden. Es war schon halb elf. Aber ja, ich probiere das jetzt schnell hinzukriegen und dann schnell zu schlafen. Und morgen treffe ich mich dann mit meinen Eltern wieder zum Frühstück. Oh, dieses Frühstück ist so lecker. So, ich mach den Vlog nicht noch länger. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns morgen wieder. Mit Mama und Papa. Tschüss noch mal.